Ich nehme jetzt auf. Was? ISD. Ja. ISD. Nehmen Sie jetzt auf. Willkommen zu Frequent Traveller TV. Mein Name ist Lars Korsten und das ist... Mario Aufmeister. Wo sitze ich denn? Also auf dem Bildschirm links. Wir sind da, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Ich habe das hart gelernt. Ich bringe das hier nicht jetzt aus dem Konzept drauf. Und ihr wisst ja ganz einfach, dass wir euch immer am Anfang des Monats am Ersten euch nicht nur die Meilen-Schnäppchen bringen, sondern auch die Meilen-Highlights im Juli. Und die Lufthansa Meistermauer hat wieder tolle Angebote, tolle Partner. Ich werde mal einfach ein paar Sachen teasen. Marios Favorit war Eis.de. Wer denkt, dass das um eine um eine Kaltspeise geht? Der irrt. Mario hat draufgeklickt und hat mit Entsetzen festgestellt, dass es was anderes ist. Aber erst dazu später. Rimowa gibt es auch eine super Aktion von Lufthansa Meister & More. Und ganz, ganz wichtig, bis zu dreißigfache Meilen oder tausend Prämienmeilen, ne, zehntausend, zehntausend Prämienmeilen beim Shopping. Also insofern lohnt es sich dabei zu sein und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also erstmal wie immer das Intro an der Stelle. Ganz wichtig ist immer, wenn ihr bei uns auf der Seite ein Video schaut, da ein Like da zu lassen, dann das Nächste, was ihr tun sollt, ist den Kanal abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, da gibt es den Abonnierbefehl von mir. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten. Immer kommentiert. Ganz wichtig. Und die Glocke natürlich. Das wichtigste Utensil. Mario möchte klingeln. Also einfach mit der Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn wir mal live auf YouTube gehen. Ja, ganz wichtig ist Lufthansa World Shop. Da könnt ihr immer wieder Meilen beim Einkaufen sammeln. Ich bin ja kein großer Freund, die Meilen dort auszugeben, aber zum Einnehmen sind sie immer tippitoppi. Und deshalb das Remover-Angebot. Und Mario, möchtest du uns das vorstellen? Ja, Remover. Remover, der klassische Luxuskoffer aus Aluminium oder Polycarbonat. Ist das richtig? Ich glaube, gibt es bei Lufthansa im World Shop mit den zehnfachen Prämiemmeilen. Und da die Koffer von Remover ja ohnehin nicht ganz günstig sind, sind zehnfache Prämiemmeilen natürlich schon mal ein echtes Wort. und kann man sich bei den, wenn man sich zwei Koffer kauft, bei den Prämiemmeilen schon fast wieder einen Prämienflug für leisten. Und insofern würde ich mal sagen, wer dringt ein Koffer brauche? Die zehnfachen Prämiemmeilen sind sozusagen ein Naturalrabatt, den es sonst ja eigentlich bei Remover eher selten gibt. Also insofern zuschlagen, zehnfache Prämiemmeilen ist, denke ich, ein ganz guter Kurs. Wie siehst du das, Lars? Finde ich auch. Es ist ein sehr guter Kurs, vor allem, weil man hört ja auch immer wieder, dass die Lufthansa mit ihren Remover-Connections da irgendwie rausläuft, auch wenn es die... Ich halte es wieder rein. Im Moment. Also insofern, da euch einen sichern, das wäre jetzt die Möglichkeit. Aktion ist den ganzen Juli, vom 1. Juli bis zum 31. Juli. Da könnt ihr dann den Koffer kaufen. Wer sagt, hey, ich habe keinen Bock auf die teuren Remover-Koffer, kann ich verstehen. Ich bin manchmal auch mit meinen Koffern von Remover unglücklich, aber das Problem ist, wenn ich einen anderen Koffer benutze, dann bin ich mit dem anderen Koffer noch unglücklicher. Warum bin ich unglücklich mit dem Remover-Koffer? Einfach nur, weil die Dellen da reinkommen und dann denkst du halt, du hast einen geilen Koffer. Aber jede Delle ist wirklich auch eine Reise, ist auch eine Erinnerung. Ich kenne Gott sei Dank nicht mehr jede Delle, aber ich weiß zwei Dellen ganz genau, auf welchen Flug die passiert sind. und zwar die allererste und die letzte, die richtig einen reingeknattert hat in meinen schwarzen Stairs Lufthansa-Koffer. Der kann sich die Gepäckkoffer mit dem ikonischen Kranisch, wie das so schön, Kranisch, 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 Kranisch. Ich komme aus Aachen. In Aachen machst du ein bisschen Kornisch. Machst du ein Kranisch. Da gibt es im Juli 2021 sogar 21 Prozent meinen Nachlass mit dem Aktionscode SUMMER21, wenn man ihn kauft, allerdings nur vom 1.7. bis zum 18.7. Und die 21 Prozent, Mario, du fragtest eben, warum 21 Prozent vielleicht für 2021, 21? Ja, mag sein. Aber irgendwie ist doch besser 20 oder 25, 21 Prozent. Wer gibt denn bitte 21 Prozent? Aber egal, Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul. Nehmen wir auch die 21 Prozent. Ganz genau. Ein 30-facher Meilen oder 10.000 Prämien-Meilen gibt es bei ausgemählten Partnern und die bekommt man quasi bei Surfshark. Hast du Surfshark mal geguckt, was das ist? Ne, Surfshark. Müssen wir mal schauen. Ich weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Surfshark kennt. Wer ist Surfshark? Wenn ihr Surfshark einkaufen wollt, vergesst das nicht, weil die Maisel-Mor-Seite da gibt es 30-fache Meilen. Ansonsten Eterna, Herrenhemden. Herrenhemden, kann man immer gebrauchen. Ich habe mal Herrenhemden von Eterna gekauft, die waren irgendwie bügelfrei und die waren in der Tat auch bügelfrei, also die waren relativ cool. Also da, ganz wichtig, Peter Hahn, Herrenhausstatter.de, der kommt uns ja öfters über die Füße, Sunglasshut, Orkley, Rabanne, Apomets, Blume 2000, Amorelie und Caduz. Caduz, ja, Caduz. Amorelie, ist das, ist das, ist das, dasselbe wie bei Eis.de und da gibt es sogar 15-fache Punkte. Ich wollte es gerade sagen, wir haben die 15-fache Punkte vergessen. Ich habe es einfach überschlagen, weil ich dachte, hey, ich kaufe dieses mit Eis.de nicht sagen. Aber mach, mach du bitte die drei Teilnehmer, die 15 Punkte haben. Ja, das ist neben Eis.de, Flora Prima, Asset und Venize. Spricht man so aus, Venize? Also ich würde sagen, Venize, aber es sind sogar vier, also bei denen. Also wie gesagt, wer bei Eis.de kauft, kriegt 15-fache bei Amorelie, die ein ähnliches Portofolio haben, gibt es nur 10-fache Meilen. 8-fache Meilen gibt es bei Galaxus, ganz wichtig, nur vom 10. bis zum 11. 7. an allen anderen Tagen gibt es nämlich dreifache Meilen. Bei Peek & Kloppenburg, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ted Barker, Bogner, Style Bob, Venus, Brille 24, Christ und Baby Björn. Björn? Baby Born. Baby Born? Bei mir steht Björn. Ist das Baby Björn? Björn, Baby Björn. Stimmt. Nein, Björn. Oh, das ist ein Druckfehler. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Auch hier wieder die Kommentarschweite klärt uns auf. Ich hätte fast gesagt, ich kann ja nicht jeden Scheiß kennen. Aber dafür werden wir jetzt wieder gedischt. Wir werden despektiert. Wahrscheinlich. Ja, also insofern 8-fache Meilen gibt es da über den ganzen Zeitraum. Und dann der Favorit von Mario war mit den weiteren Angeboten, war Dr. Smile. Dr. Smile. pro Beratungstermin. Wahrscheinlich. Ja, pro Beratungstermin. Schöne Zähne. Dr. Smile. Man weiß es nicht. Dr. Smile. Dr. Smile. Ja, ja, ja. Also ich finde ja Audible dann viel besser mit 2500 Meilen. Das ist auch gut. Und ewi einfach. Was ist ewi einfach, Lars? Ewi einfach. 10.000 Meilen außer dem Flex-Tabin. Hört sich an wie entweder ein Mobilfunkter. Auch wieder in die Kommentare. Oder ein Energiefunternehmen. Aber ich weiß es nicht genau. Also einfach unten reinschreiben. Unten reinschreiben. Ganz wichtig auch, wer was bei eis.de bestellt, Lars ist immer neugierig, schreibt in die Kommentare, was habt ihr bei eis.de für die 15-Fachen Meilen bestellt. Mich interessiert es natürlich auch, ehrlicherweise. Mario hatte mir ein niedersächsisches Produkt empfohlen. Oder ist das Bremen sogar? Fun Factory? Ich glaube, die kommen aus Bremen. Das hat mit Niedersachsen nichts zu tun. Nee, das hat mit Niedersachsen nichts zu tun. Also wie gesagt. Schauen wir mal. Vielleicht verlosen wir auch einen Gutschef. Ist auch nichts dabei. Ist auch nichts dabei. Also Ingolstadt Village, Wertheim Village und Maas Mechelen Village gibt es auch vierfach Meilen auf. Alles vom 1.7. bis zum 31.8. Wer dort einkauft mit den Boutiquen. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich glaube, man muss mit dem Einkaufszettel dann zur Information gehen und da dann. Ja. Das ist auch eine tolle Sache. Ja. Ich meine, kannst du mitnehmen. Wobei, Maas Mechelen finde ich cool. Ingolstadt Village war ich da? Nee, doch, da war ich auch schon mal in Ingolstadt und Wertheim. Wer von euch war schon mal in einen von diesen Villages? Schreibt auch das unten rein. Ich glaube, ich war in Wertheim. Wertheim war ich auch schon. Das ist bei Frankfurt. Nicht so weit von Frankfurt. Frankfurt, Würzburg und dann so. Genau. Da gibt es auch McDonald's oder was? Ja, da gibt es auch vor allen Dingen, nee, da gibt es auch Gepäck, also Koffershops. Also wer jetzt nicht Remover mag oder das Lufthansa-Angebot, kann sich da auch was kaufen. Weiß ich nicht, da gibt es die anderen großen Marken alle und dann gibt es immerhin vierfach Meilen darauf. Das ist ja auch nicht ganz schlecht. Ja, das ist doch super. Dann als Nächsten, den wir euch vorschlagen wollen, müssen, dürfen, können, ist ganz einfach Park Aero. Da kannst du direkt am Terminal dir einen Parkplatz buchen, an den Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Bonn, München, Nürnberg, Salzburg, Stuttgart, Wien. Jawohl. Und da gibt es dann auch Punkte und zwar, was hatte ich denn gesagt, wie viele Punkte es gibt? Habe ich das schon gesagt? 200 Prämienmeilen gibt es, nee, hast du noch nicht gesagt. Pro Buch. 200 Prämien, ja, ich war schon ganz aufgeregt. Deshalb, also Flughafen eigene Parkplätze mit nur wenigen Gehminuten zum Check in Bestpreisgarantie, Angebote, Rabatte, Specials der Flughäfen, einfacher und schneller Online-Buchungsprozess und vor allem kontaktlose Anreise zum Flughafen und das Spannende an der Geschichte ist, die Aktion läuft vom 1.7. bis zum 31.7. Aber wer nicht in dem Zeitraum fliegt oder verreist, kann trotzdem schon buchen bis zum 30.11. Das heißt also, vom 1.7. bis zum 30.11. muss der Parkzeitraum sein und das ist doch, finde ich, tip top, also da gibt es nichts. Absolut. Ja. Und jetzt gibt es einen freundlichen Hinweis von dir, wer einen PCR-Test braucht. Jo, der kann den auch kaufen. Über Malz im Moor und kriegt noch 10 Premium-Milen pro 1 Euro umgesetzten Umsatz? Euro? Genau. Oder ein Schweizer Franken. Oder ein Schweizer Franken. Maximalen können pro Test 1.000 Premium-Milen gesammelt werden. Immerhin. Ja, aber überleg doch mal. Also wenn du, das heißt also, 100 Euro maximal kannst du dir in der Nase prökeln lassen, mehr kriegst du nicht. Man muss den zweiten Test machen lassen. Also das heißt, immer auf zwei Rechnungen, drei Rechnungen machen lassen, wenn die Hand ein Familias muss. Ganz wichtig. Aber immerhin. Ja, dann Hotels, Cast by Points. 50% mehr Meilen für ein Hotel- oder Mietwagenbuchung. Man bekommt aber immer mindestens 1.000 Meilen pro Nacht, mindestens 250 Meilen pro Tag der Autoanmiedung und einmal zusätzlich 50% mehr Meilen auf ausgewählte Hotelangebote sowie 25% auf die Mietwagenangebote. Aktionszeitraum auch hier wieder. 1. bis 7. bis 31. 7. Aber ganz, ganz wichtig, ihr könnt ganz weit im Voraus buchen. Das heißt also, wer nächstes Jahr erst unterwegs sein muss, kann jetzt schon profitieren. Mein Gutschrift kommt glaube ich erst, nachdem man es abgewohnt oder abgefahren hat. Ich glaube, meistens ist das so. Macht ja auch Sinn, wenn sich die Pläne ändern oder so weiter. Dann haben wir noch eine Hotellerie-Aktion. Marriott. 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 Aber das ist mehr so deins. Echt? Hotel-Brunus-Programme, das ist der Lars. Also wer im Juli oder August ein Hotel davon halt bei Marriott bucht, erhält bis zu 12 Prämie-Meilen pro ausgegebenen US-Dollar. Das heißt also, ihr müsst vom 31.7. bis zum 31.8. buchen. Der Reisezeitraum kann sogar länger sein, vom 1.7. bis zum 30.9., also bis September. und ganz, ganz spannend an der Geschichte ist, aber, und das müsst ihr alle wissen, wer wie ich bei Bonvoy Titanium ist oder ein Platin-Status oder was auch immer für einen Status hat, Statusvorteile zählen da leider nicht und ihr bekommt auch keine Punkte. Das heißt, also ihr müsst da immer darauf achten, ob ihr das eine oder das andere wollt. Aber wer trotzdem keinen Status erreichen würde bei Marriott zum Beispiel und sagt, hey, ich nehme die Meilen mit, hey, in Gottes Namen, nehme die Meilen mit, das macht mehr Sinn, als dem Status hinterher zu hecheln, den man nicht bekommen kann. Jetzt aber Autofahren, das ist Mario, das ist... Ja, bei SIX, natürlich, bei SIX kann man bis zu 10.500 Premium-Meilen sammeln. Der Zeitraum gilt sogar bis zum 30.9. diesen Jahres und ist gestaffelt. Bei der ersten Miete gibt es 1.500 Meilen, bei der zweiten 3.000 und bei der dritten 6.000 Meilen und das Angebot gilt nicht nur hier in Deutschland, sondern auch noch in Österreich, der Schweiz, Belgien, Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, inklusive Monaco, wo du dich ja gerne aufhältst, Spanien, Großbritannien und Italien. Also ein gutes Angebot. Monaco ist hier zu klein, da passt du gar nicht rein. Ja, und vor allem auch Monaco hat ja irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 kmh, weil wenn du in Monaco zu schnell reinfährst, bist du ja wieder schnell draußen. Also irgendwie... So ist es. Wobei, ich bin gar nicht... Ich finde Nizza eigentlich fast geiler. Also ich habe viele Kunden, die nach Nizza gehen und dann mit dem Heli rüber nach Monaco, aber hey, das ist okay. Es gibt Schlimmeres, als beschuldigt zu werden, in Monaco gerne zu sein. Aber ihr könnt ja auch reinschreiben, wo ihr gerne sein wollt. Unten in die Kommentarspalte liken und ihr wisst ja subscriben und Glocke und so. Dann gibt es den letzten Punkt und zwar Prämienmeilen einlösen mit dem Partner von Malz & Mauer Herz Mietwagen. Da bekommt man an vielen teilnehmenden Herzstationen 10% Meilen Nachlass. Also es müssten mindestens 7500 Meilen pro Buchung eingelöst werden. Buchungszeitraum 1.7. bis 30.09.2021. Das heißt also auch wieder ein längerer Zeitraum zum Buchen. Und der Anbietzeitraum ist flexibel. Also hier geht es wirklich um die Einlösung der Meilen. Da gibt es keine Meilen dann dafür. Ich bin immer noch ganz fasziniert vom ersten Angebot mit dem Remover. Ich überlege, ob ich mir nicht wirklich noch einen auf Halde lege. Ja, ich bin da auch gerade dabei. Die werden ja praktisch nicht schlecht, die Dinger. Und wie gesagt, ich hatte es in unserem Vorgespräch schon mal gesagt, ich finde diese Modelle persönlich optisch auch noch besser als die ganz neuen, die es ja bei Lufthansa nicht mehr gibt. Also insofern, und Remover bleibt Remover. Also was soll's. Und da geht es mir auch ähnlich wie dir. Die erste Beule tut immer am meisten weh, aber letztlich sind sie dafür gemacht. Und ich weiß auch noch, nagelneuer Koffer, gar keine Beule, sondern eine richtig tiefe Riefe. Keine Schramme mehr, sondern eine richtig tiefe Riefe drin. Was willst du machen? Er ist jetzt Vintage, Vintage sozusagen, aber funktioniert immer noch. Und wie oft habe ich schon Beulen selber mit dem kleinen Hämmerchen wieder rausgehauen, weil man möchte ja natürlich auch bei der nächsten Reise noch genug Gepäck reinbekommen. Mit dem Holzhammer oder was hast du rausgeholt? Ja, ja, ganz vorsichtig mit dem Holzhammer. Einen exakten Schlag und das Ding ist wieder in Form. Aber man kann sie auch fast überall reparieren lassen. Und es gibt ja bei Remover sogar den Hotelservice. Genau. Saugnapf dran und dann den Saugnapf dran und dann rausziehen. Nee, ist auch egal. Remover ist immer gut und die, die jetzt so ein paar Jahre in Gebrauch sind und ein paar Gebrauchsspuren haben, sie sehen irgendwie nach weiter Welt aus und das kann man im Grunde nur jedem doch empfehlen. Dem Mann von Welt. Also, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV mit den Meilen-Highlights im Juli. Diesmal fand ich sie fast besser als beim letzten Mal Remover-Koffer kaufen und alles.de. Ihr wisst schon, Mario ist ganz gespannt. Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen und schlagt ordentlich zu, sammelt ordentlich Mai. Bis dann und tschau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020